Ich bin Alessandro im ersten Lehrjahr. Ich bin Arvid. Ich bin Fisnik Morina. Ich bin Rigon im zweiten Lehrjahr. Ich bin Artir und ich fahre mir meine Lehre bei Pischterer an. Das soll ich nicht schauen. Ich bin für eine Lehre gekommen bei Pischterer mit dem Lüstehalle-Parcours, wo wir die zweite Oberstufe geführt haben. Und dann habe ich mich dort beworben zum Schnuppern. Ich bin zwei Tage zum Schnuppern und beurteilungsgespräch. Einfach, wie ich mich gemacht habe. Ja, dann habe ich mich geschickt. Zu den Lehrjahr bei Pischterer bin ich durch einen Kollegen gekommen, weil er hier bei Pischterer arbeitet. Es war sicher etwas Neues, auch von der Schule her. Man hat neue Fächer und dann das Arbeiten, die noch dazukommen. Pischterer hat viele Benefisse. Die verschiedenen Abteilungen. Das ist ein tolles Team. In jedem Team, das ich sehe, war sehr ein Affenetting. Mir gefällt es sehr gut hier. Ich finde es cool, dass wir in verschiedene Abteilungen einsehen können. Der Vorteil ist sicher, dass wir die Schulbücher bezahlt bekommen. Dann Laptop bekommen wir auch, die wir beim Arbeiten brauchen und in der Schule brauchen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.